Wir starten hier in Bulgarien auf 645 Meter. Ziel ist Keramoti im thrakischen Meer. Boah, das sind typisch Steine. Ja. Wahrscheinlich werden wir aufsetzen. Das sieht schon wieder so flach aus. Ja, wie wir da rüber... Wir versuchen es. Ich habe auch keinen anderen Weg. Ich hoffe, dass das geht. Wir sind hinten drin. Genau, aufgestoppen. Super, genau. Ja, ja, das geht jetzt ewig so. Das kann man überhaupt nicht drücken. Rechts, du musst wahrscheinlich rechts stoppen. Wollen wir rechts fahren? Ja, ja, möglichst rechts. Jetzt ist der drück links rein gedrückt. Boah, Steine. Ich sehe das. Ich sehe das. Ich sehe das. Ich sehe das. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Und weiter. Und da, was die Frage grey ist. Die Ahrens fahren... Okay. Ich bin schon fast da. ein Stück noch wir kommen auf den steig weiter gehts ja das ist aufgestaut oben ist es zu flach ist was zu blä sonst wäre das ja easy und paddeln ein bisschen rechts rüber und links gleich ein bisschen aufstoppen so da hinten sind dicke steine wir müssen links an dem dicken stein vorbei paddeln, paddeln und in der Mitte ist auch ein Stein ich hab zu viel drauf ich hab zu viel drauf ich hab zu viel drauf ja so auf 12 Uhr könnte ich schlafen ja so auf 12 Uhr super super das kraft geht in Ruhe das kraft geht in Ruhe ja die steine ja das geht wir müssen rechts rechts und dann straight runter da ist noch ein Stein auf 12 Uhr siehst du den? die dürfen wir nicht ich paddel erst nach rechts ja das können wir oh jetzt war schon der erste ja ja und dann mitten durch das hohe Wasser sonst wird es zu flach ja mitten durch natürlich oh da ist noch ein Stein oh da ist noch ein Stein jawoll wir können doch paddeln los super ja diese 250 kg im Wasser zu bewegen das ist echt schwierig ja ja 12 Uhr dann links nicht vorbei das weiß ich super gemacht und immerhin kommen wir bei diesen placken Stellen komm mit genau wunderbar wunderbar ja 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 da ja ja jail ja du bist überhaupt ich hab das coefficients Musik Paddeln, paddeln Alles gut Den Stein habe ich gesehen Jawohl Geschafft Wunderbar Genauso Den müssen wir anhalten Oh, das ist ja wirklich Das ist zu flach, das kannst du vergessen Links drüber Das wird nichts Das wird nichts Naja, ich spitze Das sieht voll auf Alles gut Halt, ich muss nur ein bisschen Wasser ablassen So, wir trocknen das Boot etwas Wasser genommen Die Landschaft ist ja echt klasse Guck dir das an Super Das Ich muss mal eben gucken Ja, hier liegen Steine im Wasser, wollen wir hoffen, dass es nicht geht Ja, die sagten wir keinen Fall zu machen Dann müssen wir vorbei Genial, alles gut Ja, hier liegen Steine im Wasser Ja, hier liegen Steine im Wasser Ja, hier liegen Steine im Wasser Alles klar Alles gut Ja, euch Okay Das war nicht so schlimm Ja, wir müssen nicht links, sonst rechts ist es zu klar paddeln. Das sollte klappen. Nein, ich habe da einen Stein gesehen, ich will hier rüber. Hier durch, den habe ich nicht gesehen. In der Mitte, da ist mehr Wasser. Ja, es ist total zu irgendwie. Schwierig. Anschleichen. Das ist ein Stein. Ja, das weiß ich nicht. Probieren. Sieht hart aus. Das wird nichts. Dort ist ein dicker Stein. Das sind die spannenden Momente. Das ist ein dicker Typ. 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 das ist aber auch hier gasten oder stoppen gut auch schon wieder so ein mist ist die noch zwölf ja recht vorbei rechts rechts da bin ich gesehen ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020